Heute klettern wir nicht sinnlos auf Häuserdächer herum oder hacken irgendwelche Ampeln und erobern auch nicht irgendwelche Flaggenpunkte, schießen nicht sinnlos herum, bauen auch keine Häuser aus Klötzen, nein, Schluss mit dieser Sinnlosigkeit, denn nur coole Leute spielen BroForce, der absolute Action-Krach. Mit allen Hellen, die man sich nur wünschen könnte, selbst die Expangibles könnten sich eine Scheibe davon abschneiden. Zu dem BroForce Team gehört Die Welt von BroForce ist komplett zerstörbar und wenn du nicht aufpasst, könntest du so viel zerstören, dass du selber nicht mehr weiterkommst. Dazu kommt noch ein Kampagnen-Koop-Modus und ein Deathmatch-Modus, in dem wir mit Freunden ganz leicht zusammen oder gegeneinander kämpfen können. Es gibt auch ein Level-Editor, wo wir uns unsere eigenen Level erstellen können. Und das Level können wir dann auch online stellen, damit andere Bro-Fans dein erstelltes Level spielen können. Es gibt neben der normalen Kampagne auch den Explosions-Run, den wir mit bis zu 4 Spielern spielen können. Hinter uns explodiert alles und wir müssen schauen, davor wegzulaufen. Natürlich sind da noch Gegner, die uns den Weg versperren. Oder wir müssen nach oben kommen, bevor uns die Explosion brominiert. Es gibt auch noch den Race-Modus, in dem Modus geht es darum, jeder beginnt mit 3 Bro-Lives und umso mehr du stirbst, bekommt dein Gegner mehr Leben dazu. Der Gewinner ist der mit den meisten Leben. Also wer auf Action steht, da ist Bro-Force einfach ein Must-Have. Aber auch Anfänger werden bei Bro-Force auf ihren Spaß kommen. Doch gibt es einen Bro, den Bro-Force vergessen hat. Den Bro-Apfel! Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt uns doch einen Daumen nach oben, wir würden uns auf jeden Fall drüber freuen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Schreibt uns leisig Kommentare. Bis dahin Tschüss! Rest in Peace, Bro! Musik